hallo zusammen und herzlich willkommen auf meinem defi kanal heute geht es um eine yield farming plattform die ich für die zurzeit beste yield farming plattform auf basis von polygon halte und zwar geht es um polycat.finance und zwar gibt es von polycat.finance seit einigen tagen eine version 2 ich hatte ja schon ein video gemacht über version 1 das ist ein paar wochen her und eigentlich kann man sagen dass diese ganze plattform die ganze website komplett umgearbeitet wurde komplett überarbeitet wurde und jetzt eine ganz ganz neue angelegenheit ist und zwar wie ich finde eine echt spannende angelegenheit schauen wir doch einfach direkt mal rein ich zeige mal was es hier gibt und zwar das hier ist polycat.finance und hier gibt es zwei reward tokens jetzt nämlich einmal den fish token der steht zurzeit bei 5 dollar 61 und dann einen zweiten reward token das ist der paw token PAW wie die Pfote paw token 1 dollar 35 ist der aktuelle kurs das besondere ist der fish token ist quasi deflationär das ist ein token dessen maximaler supply jetzt schon draußen ist das heißt es wird niemals mehr als jetzt an fish tokens geben und der paw token dagegen ist ein inflationärer token und natürlich steckt hier der wahre wert im fish token allerdings der fish token den konnte man über die letzten monate in der version 1 von polycat.finance farmen und das ganze farming programm ist vorbei zurzeit gibt es nur noch den paw token als rewards spannend dabei ist aber dass der fish token tatsächlich auch eine richtige dampffase einen dump hingelegt hat und jetzt ziemlich weit unten ist der ist nicht mehr ganz so weit unten zwischendurch war glaube ich mal bei 1 dollar oder etwas über einem dollar jetzt ist er schon wieder bei 5 dollar er steigt also wieder das liegt natürlich daran dass der supply begrenzt ist so was kann man hier alles machen ich zeige das jetzt mal ganz kurz und dann gehe ich dazu über und erkläre mal wie das ganze zusammenhängt und zwar haben wir hier zum einen die sogenannten volks und bei den volks kann man assets einlegen und diese assets werden von polycat bei anderen plattformen angelegt hier zum beispiel gibt es eine kombination nehmen wir ruhig mal eine andere hier nehmen wir ruhig mal usdc usdc und xmark und diese token kombination hier bietet zurzeit eine apy von 156 prozent die ganze diese assets hier die man hier einlegt die werden dann angelegt bei dino swap und bei sushi swap und das ganze jeet farming ist hier komplett automatisiert man muss sich um nichts kümmern bekommen eine apy von 156 prozent die bekommt man ausgezahlt in form dieser tokens die man auch eingelegt hat das heißt also die anzahl der tokens die man eingelegt hat die steigen über die zeit einfach nur und zwar entsprechend dieser apy hier hier gibt es ganz interessante pool kombinationen zum beispiel von neuen yield farms oder von älteren yield farms hier gibt es welche bei curve und bei arve und so weiter bei define ist eine andere yield farming plattform und firebird das da bekommt man also im prinzip wenn man jetzt keine lust hat sich selber um das yield farming zu kümmern eigentlich ganz ordentlich apy hier das ist ja eine stablecoin yield farm kriegt man 17 prozent apy das ist ja eigentlich ganz okay für stable coins aber eben auch 230 oder hier 500 bei apesword ganz okay das ganze ist natürlich riskant insofern dass man hier einen permanent loss hat möglicherweise und so weiter dann müsst ihr euch mal selber schlau machen das ist also jetzt bei weitem irgendwie kein geschenktes geld es gibt hier in der tat einiges zu beachten aber es ist eine sehr coole und sehr interessante angelegenheit und die volks die führen letztlich dazu dass am ende der fish token im wert steigen wird wie das ganze zusammenhängt und wie das funktioniert das zeige ich aber noch dann haben wir hier sogenannte farms bei den farms die laufen jetzt auf polycat selber kann man auch token kombinationen einlegen und zwar die zum beispiel eine kombination aus power matic por usdc andere kombinationen dann fish kombinationen mit anderen assets und dann haben wir hier noch eine kombination por und fish wir haben eine wir haben hier mehrere kombinationen aus assets die nichts mit polycat zu tun haben wie zum beispiel die da und web bitcoin usdt und wbtc da und matic und so weiter und so weiter die apr also hier ist eine apr zu sehen keine api eine apr wird hier angezeigt von zum beispiel 780 prozent bei power matic aber auch die stable coin kombinationen bieten ganz interessante aprs und zwar zum beispiel hier bei die usdc das ist ja so einer meiner lieblings kombinationen bei der usdt nicht mit drin ist und da gibt es eine apr von 35 36 36 hier sogar was ziemlich gutes und jetzt muss man auch ein bisschen beachten hier geht es jetzt hier steht eine apr und keine api es ist nicht dasselbe apr und api und wenn euch interessiert was der unterschied ist ich habe in der in den sommerferien in der sommerzeit habe ich eine ein crypto compendium gemacht eine videoreihe mit ganz kurzen videos vier bis fünf minuten ich glaube das längste video ist sieben minuten oder so das kürzeste zweieinhalb oder sowas und da geht es um die grundlagen des yield farming sehr theoretisch aber eben auf den punkt genau erklärt die einzelnen sachen die man wissen muss wenn man yield farming macht ist ein bisschen was auch zum nachschlagen deshalb auch die idee das kompendium zu nennen dass man also die videos nicht nur einmal guckt sondern mehrfach dass man da ab und zu mal sich schlau machen kann ich zeige mal kurz das ist hier auf meinem kanal gehen wir da doch einfach mal rein hier findet ihr das crypto kompendium das ist auch eine eigene playlist und ja ich würde mich freuen wenn ihr da einfach mal reinschaut und mal nachschaut es gibt hier also ich gehe da mal kurz drauf und dann es gibt hier also verschiedene sachen zum beispiel wo er bekommt der reward token sein wert was wie funktioniert die verteilung von rewards die tokenomics wer verdient an der yield farm apr und api der typische kursverlauf von reward tokens und so weiter ist eine eigene playlist auf meinem kanal schaut einfach mal rein wenn euch das hilft würde ich mich also wenn ich das helfen würde würde ich mich sehr freuen so also apr api der unterschied erklärt im crypto kompendium wenn man das umrechnen möchte gibt es ein apr to api calculator den werde ich unten in die video beschreibung packen gehen wir da einfach mal kurz drauf wenn wir zum beispiel eine apr von 33 prozent haben wie hier zum beispiel bei den stablecoin kombinationen dann und wir machen einen wir holen die rewards täglich ab und wir legen die wieder ein in die yield farm die rewards dann haben wir eine apr von 39 prozent das heißt also eine apr von 33 prozent ist eine eine apr von 33 prozent entspricht einer apr von 39 prozent und je höher die apr sind zum beispiel nehmen wir mal an wir haben 160 prozent eine apr von 160 prozent ergibt schon eine apr von 393 prozent also das heißt man muss aufpassen wenn man diese yield farming plattform vergleicht mit anderen die apr hier ist niedriger niedriger also das heißt die apr ist in der regel höher als die apr wenn man also vergleicht bei anderen plattform wird häufig die apr angezeigt dann weiß man hier bescheid die liegt in wirklichkeit sehr viel höher und ganz besonders drastisch ist das natürlich bei aprs von 663 prozent schauen wir doch einfach mal wie das ist sagen wir mal 16 663 ergibt eine apr von 71 272 prozent also wirklich ganz spannend das ganze hier ist ein bisschen tief gestapelt was ich persönlich sehr sehr mag an dieser plattform und hilft ja vielleicht auch ein bisschen dass diese plattform nicht so überrannt wird weil viele leute sehen einfach nur die zahlen denken ja das gibt es irgendwo anders besser so ich finde die oberfläche sehr cool die ist gut gelungen weil hier sind einige sachen eingeführt worden wie zum beispiel wenn ich jetzt hier diesen pool hier anklicke oder diese farm hier anklicke nehmen wir ruhig mal die mit den stable coins die ist vielleicht die da sieht man das am allerbesten stable coin kombination hier unten die usdc es gibt hier zurzeit 0 prozent deposit fee 0 prozent withdrawal fee das bedeutet aber wenn hier schon so eine anzeige ist das vielleicht eines tages diese deposit und withdrawal fees eingeführt werden zurzeit 0 prozent also total spannend da jetzt irgendwie reinzugehen was das angeht hier kann man harvesten sein rewards in paul dann gibt es hier investing schedule erzähle ich alles später was das ist das ist ein bisschen so ein haken an der ganzen sache ein einlegen abholen und hier gibt es ein paar informationen die mir bei vielen anderen yield farming plattformen echt immer fehlen und zwar zum einen wie viel habe ich in dollar eingelegt was ist meine einlage zurzeit wert dann wie viel ist insgesamt eingelegt hier kann ich also im prinzip ablesen wie auch mein pool anteil ist und auch dazu vom pool anteil hängen natürlich die rewards ab und wie das ganze zusammenhängt findet ihr auch in meinem crypto compendium schaut euch das einfach mal an und dann gibt es hier die aktuellen asset preise also klar diese liegen jetzt hier bei einem dollar zurzeit weil es ja stable coins sind und das ist natürlich ein super super relevanter faktor in dem ganzen wenn es darum geht solche yield farms hier dann zu beurteilen und auch zu beurteilen wie sich die preise entwickeln und so über die zeit wenn man da drin ist also muss man das nicht immer extra von hand bei coin gecko oder so raussuchen dann gibt es hier noch entsprechend meine einlage und zwar in form von den einzelnen tokens die ich eingelegt habe also es kann ja schwanken weil ich lege ja lp tokens ein und wenn ich lp tokens einlege dann verändern sich ja die bestände also das heißt ich kann durchaus mit 100 die und 100 usdt reingehen und nachher mit 102 die und 98 usdt rausgehen und wie da der aktuelle stand ist der verteilung das sehe ich also hier super wichtige infos es gibt hier noch eine info zu dem trading paar das aber nicht so wichtig und noch eine abkürzung dahin wo ich die lp tokens bekomme wobei je nachdem wenn das ganze je nachdem wie groß der browser eingestellt ist ich hatte schon mal schwierigkeiten das hier reinzuholen weil einfach die webseite zu weil ich da irgendwie nicht runterscrollen konnte aus irgendeinem grund dann habe ich einfach mit minus das ganze mir verkleinert also mit apfel minus oder so ist das hier bei mir und dann taucht das hier auf aber das ganze kann man auch anders machen da gehen wir auch irgendwie vielleicht später drauf ein so also das sind die yield farms man bekommt den port token als reward und diese rewards sind gewestet das bedeutet der port token kommt nicht sofort auf den markt den kann ich erst nach einer gewissen weile abholen und das läuft hier über diese westing oberfläche hier wären also die port tokens die ich geharvestet habe erstmal festgelegt die kann ich hier nach und nach mit claim dann abholen dann habe ich die erst zur verfügung es gibt den tank im tank kann ich meine port token staken und bekomme hier eine api von 160 prozent in form von matic ganz wichtig api nicht api 160 prozent api auf meine port tokens wenn ich die hier stake das ist aber bei weitem noch nicht die einzige möglichkeit was man mit dem port token machen kann geben auch später darauf ein dann gibt es hier noch eine art launchpad hier wurden die port tokens schon mal in so einer wie heißt es in so einem pre sale angeboten der ist aber jetzt schon länger vorbei habe ich auch gar nicht mitgemacht habe ich total verpasst es gibt also schon einige leute die entsprechend port tokens haben die hier mitgemacht haben und hier sollen noch weitere ifos weitere launchpads also kommen aber zurzeit ist nichts geplant ein paar statistiken irgendwie welche audits hier sind ihr wisst ja also diese ganzen sachen wenn die es gibt zwar audits es gibt sogar sehr viele audits hier ein audit hat auch einen fehler festgestellt dann musste man den port token nochmal neu aufsetzen deshalb gibt es hier auch ein altes westing und neues westing wenn man jetzt hier neu reingeht hat man mit dem alten nichts zu tun in dem alten westing kann man auch irgendwelche sachen machen so also sehr spannende api sehr cool zwei verschiedene rewards tokens und jetzt ist natürlich die frage wie hängt das ganze zusammen was ist eigentlich mit dem fisch token was kann ich damit machen warum ist der wichtig und so weiter und dazu gehe ich jetzt mal über ich habe so eine kleine übersicht erstellt und erzähle einfach mal aus der vogelperspektive was jetzt hier abläuft und wo hier die chancen stecken meiner meinung nach wir haben jetzt also verschiedene yield farms und zwar layer 2 layer 1 und layer 0 farms und wenn ihr genau wissen wollt was das ist dann findet ihr das auch in meinem crypto compendium wie ich das eben schon gesagt habe da gibt es eine eigene folge über die unterschiedlichen typen von farms ganz grob leer 2 farms das sind die yield farms bei denen man assets einlegt die nicht kombiniert sind mit dem reward token der plattform also es wäre in dem fall also es wäre in dem fall hier wären das yield farms pools staking pools in die man token kombinationen einlegt wo weder der fisch noch der port token drin vorkommen und zwar haben wir hier also in bei polycat folgende assets die man einlegen kann die usdc usdt matic bitcoin und ether wobei das dann in verschiedenen kombinationen passiert man hat reine stablecoin pools mit einer lpa von 35 prozent und man hat dann auch pools mit anderen asset kombis die dann eben im wert schwanken im dollar wert schwanken weil es keine stable coins sind oder weil assets beteiligt sind die keine stable coins sind und die bieten eine lpa von 50 bis 160 prozent und als reward hält man hier den port token und der port token der ist im supply unbegrenzt es wird es gibt also quasi unendlich viele port tokens was nicht ganz stimmt weil unendlich gibt es nicht wirklich auf polygon basis aber es sind so viele tokens dass der gesamtsupply wahrscheinlich niemals erreicht wird das sind leer 2 puls die leer 2 puls die haben ein sehr viel geringeres risiko als die leer 1 puls denn die leer 1 puls die sind die puls bei denen die reward tokens kombiniert werden mit anderen assets die reward tokens hier in dem fall also der fisch token der fisch token kombiniert mit ether mit matic und usdc bietet zurzeit also diese pools bieten zurzeit eine von 250 bis 350 prozent und dann gibt es eben auch pools die kombination mit dem port token anbieten zum beispiel ether matic und usdc jeweils kombiniert mit pors und hier gibt es zurzeit von 700 bis 1000 prozent zurzeit heißt das video ist heute am 20 28 21 hier aufgenommen und heute sind diese rewards in dieser höhe und da jetzt der port token im supply unendlich ist ist eigentlich damit zu rechnen dass es eine hohe inflation gibt und das bedeutet auch dass also der port token im wert sinkt wenn der port token im wert sinkt dann werden die rewards im wert sinken wenn die sinken dann bedeutet das natürlich dass die api runter gehen werden über die zeit was kann man jetzt mit dem port token machen man kann den port token einlegen in einen layer 0 pool und das kann man aber erst nachdem die port tokens durch einen westing prozess gelaufen sind das heißt also wenn ich meine rewards abhole dann bekomme ich die port tokens nicht sofort sondern die sind für 30 tage gewestet und werden nach und nach freigegeben über die 30 tage und das fängt jedes mal neu an wenn ich quasi harveste wenn ich meine reward tokens abhole wenn ich dann zugriff habe endlich auf meine port tokens dann kann ich die einlegen in die sogenannten tanks und da gibt es zurzeit nur einen da kann ich paul staken und matic bekomme ich dafür als reward und dieser pool dieser tank der bietet zurzeit eine api nicht apr wie es hier steht eine api von 160 prozent apr ist in diesem fall falsch es sind 160 prozent api wie funktioniert das ganze mit dem westing also wir haben unsere layer 1 und layer 2 pools über die ich gerade gesprochen habe wenn wir hier also unsere tokens unsere assets einlegen dann können wir also regelmäßig harvesten wir können jederzeit harvesten sowie bei ganz normalen anderen yield farms auch allerdings die port tokens unterliegen einem westing und zwar fängt das westing jedes mal an wenn ich harveste und zwar für die tokens die ich abgeholt habe also es bedeutet wenn 30 reward tokens sagen wir mal 30 port tokens aufgelaufen sind und ich hole die jetzt ab dann fängt für diese 30 tokens das westing jetzt an in dem moment wo ich die abhole die rewards und wenn ich morgen wenn dann morgen sagen wir mal noch mal drei oder so tokens aufgelaufen sind dann fängt morgen für die drei tokens das westing an sofern ich morgen auch dann wirklich die rewards abhole also die port tokens die ich geerntet habe die rewards die sind gewestet für 30 tage und werden dann also über 30 tage erst nach und nach freigegeben und zwar regelmäßig linear über die 30 tage bedeutet also wenn ich 30 reward tokens heute abhole dann kann ich morgen den ersten token übermorgen den zweiten token und dann am tag darauf den dritten token und so weiter abholen bis die 30 tokens nach 30 tagen insgesamt ausgezahlt sind und auch dieses westing muss ich selber regelmäßig machen wenn ich nichts tue dann bleiben die tokens einfach nur auf der plattform liegen und warten darauf dass ich sie abhole es kommt also nichts automatisch in mein wallet ich muss immer aktiv werden sowohl beim harvesten als auch dann beim freischalten der gewesteten reward tokens diese tokens die ich dann die dann irgendwann aus dem westing rauskommen die kann ich in eine layer 0 farm einlegen das sind in dem fall diese tanks und bekomme dafür dann wieder rewards das heißt diese tokens sind auch aus der zirkulation raus und das heißt also dass im prinzip dadurch die inflation ein bisschen gebremst wird wobei ich sagen muss dass ich glaube dass die allermeisten port tokens wirklich auf dem markt landen werden und deshalb eben auch die inflation stärker sein wird als der effekt des westings und gleichzeitig auch des tanks da bin ich sehr sicher ich rechne damit dass der kursverlauf des port tokens eher dieser kurve hier folgen wird das ist also die übliche der übliche kursverlauf eines reward tokens und ich glaube wenn man von port token ausgeht dann ist polycat version 2 eigentlich erstmal eine ganz normale yield farm mit dem kleinen kniff dass es eben noch ein westing gibt dass die inflation ein bisschen reduzieren soll aber das wird sich meiner meinung nach nicht allzu stark auswirken so und jetzt schauen wir mal was hat es jetzt eigentlich mit dem fischtoken auf sich was kann ich mit dem fischtoken machen der fischtoken ist ja das eigentliche meiner meinung nach das eigentliche feature das eigentliche herzstück an polycat sowohl in der version 1 als auch in der version 2 wir wissen der fischtoken der kommt aus der version 1 version 1 gibt es nicht mehr es gibt nur noch die version 2 da konnte man fischtokens als rewards bekommen und der gesamtsupply an fischtokens ist jetzt erreicht die sind schon alle da jeder der jetzt fischtokens hat der kann damit was machen und was man damit genau machen kann das kommt jetzt und zwar gibt es ja die bolts und die bolts das sind sogenannte yield aggregators das sind also im grunde das das sind so einlage das sind so staking pools in die kann man zum beispiel eine kombination aus usdc und die einlegen und diese staking pools die gehen dann hin zu einem anderen zu einer dritten plattform wie zum beispiel sushi swap oder quick swap und werden da automatisch yield farming machen das heißt also dass wir da im prinzip dass unsere assets da landen werden und wenn ich wenn man die einlegt und da verdienen die rewards die rewards werden aber automatisch wieder umgewandelt in die einlage also werden wieder neu eingelegt sodass eine zinseszinsentwicklung stattfindet und zwar eine zinseszinsentwicklung die dadurch optimiert ist dass man selber nicht tätig werden muss weil so ein smart contract so ein roboter so ein yield aggregator der wird natürlich optimal und regelmäßig die rewards abholen und wieder neu einlegen kann er viel besser als wir weil wir jetzt nicht alle fünf minuten zum beispiel irgendwie bei sushi swap hingehen rewards abholen wieder neu einlegen da wird man ja wahnsinnig das macht also diese das machen also diese volks automatisch das nennt man dann auto compounding compounding ist ja die zinseszinsentwicklung das heißt also die zinseszinsentwicklung wird automatisch wird automatisch ausgelöst und die erträge die man hier bekommt die fließen zurück in form von usdc und die also in form der einlage das bedeutet also ich lege in diesen pool sagen wir mal 10 lp tokens usdc die ein und habe dann nach einem tag 10,1 nach zwei tagen 10,2 nach drei tagen 10,3 und so weiter in diesem volt liegen meine einlage steigt also über die zeit entsprechend der api dieses volks und wenn ich abhole habe ich in der regel mehr lp tokens als ich vorher habe hatte dabei dafür kassiert polycat finance eine sogenannte performance fee und eine performance fee das ist im prinzip ein anteil an dem gewinn der da erwirtschaftet wird den bekommt also jetzt die plattform polycat.finance und ein teil davon geht an das team von polycat und ein anderer teil der größere teil der wandert in ein anderes volt dieses andere volt ist das sogenannte dividend volt da wandern also die eingenommenen performance fees rein und da ja die performance fees permanent anfallen wird also dieses volt nach und nach und nach gefüllt immer weiter und wird dadurch eben auch entsprechend weil es auch ein auto compounding volt ist wird es ein yield aggregator wird es wird es also auch zinsen abwerfen wird es ein gewinn erwirtschaften und zurzeit meines wissens passiert das auf curve auf polygon basis ich bin mir aber nicht sicher das ändert sich auch weil das ganze quasi nach und nach sich weiterentwickelt und noch nicht ganz am endpunkt ist zurzeit werden also die einnahmen aus den volt angelegt in einem dividend volt das wiederum dann diese einnahmen anlegt und dadurch dann wieder gewinn erwirtschaftet natürlich wird der gewinn über die zeit immer größer weil die einnahmen ja regelmäßig immer mehr in dieses volt rein fließen das heißt das volt wird immer größer dadurch werden die erträge auch immer größer es ist also eine sache die quasi sich selbst verstärkt und was passiert jetzt mit den gewinnen aus diesem volt zum einen kann man selber seine fish tokens die man hat einlegen in das dividend volt die sind dann nicht weg die kann man auch wieder abholen und man bekommt rewards in form von fisch tokens beziehungsweise man bekommt keine rewards sondern die anzahl der fisch tokens die man selber in dem volt liegen hat die steigt über die zeit das ist ja auch so beim uscc und die volt das oben dargestellt ist das bedeutet also ich zahle zehn fisch ein und habe dann am nächsten tag 10,1 fisch dann 10,2 fisch und so weiter da drin liegen und über die zeit steigt also die zahl der tokens die ich in diesem volt drin liegen habe und die entsprechenden gewinne die hier irgendwie erwirtschaftet werden die werden dann eben entsprechend auf dem markt verkauft und für den erlös werden sowohl fish tokens als auch paw tokens gekauft auf dem offenen markt und das sorgt natürlich dafür dass sowohl der paw token als auch der fish token im grunde auch ein dass da ein kaufinteresse vorliegt und im falle des paw tokens wird das natürlich die inflation ein bisschen mindern wobei ich persönlich wirklich nicht damit rechne dass das eine ganz entscheidende auswirkung haben wird wobei das muss man dann einfach in der praxis mal sehen aber ich gehe eher davon aus dass die inflation größer ist als die wirkung dieses mechanismus beim fish token ist es allerdings anders beim fish token gibt es im grunde zwei möglichkeiten es gibt die eine möglichkeit dass fish tokens verbrannt werden die werden also einfach gelöscht das heißt also es sind fish tokens die werden auf dem markt gekauft und dann werden die einfach gelöscht das heißt der maximale supply des fish tokens sinkt durch diesen mechanismus und das bedeutet natürlich wenn der fish token weniger wird und man trotzdem auch gewinn bekommt durch den fish token das heißt es gibt auf der einen seite ein utility für den fish token auf der anderen seite ein begrenzendes supply klar was heißt das wert des fish tokens wird wahrscheinlich steigen die andere variante ist dass fish tokens eben ausgegeben werden an diejenigen die da eingelegt haben und das heißt also das dividend volt kann eine sehr lukrative angelegenheit sein weil die einlage womöglich im wert steigt und gleichzeitig man auch noch im grunde gewinne erwirtschaftet in form von paw als reward oder in form von neuen fish tokens die man zusätzlich bekommt wie das ganze abläuft was mit den fish tokens passiert die also jetzt hier vom dividend volt erwirtschaftet werden die vom dividend volt gekauft werden das wird entsprechend über ein voting von der community entschieden und auch um bei dem voting mitzumachen braucht man den fish token das heißt also der fish token hat ein weiteres utility das voting wobei auch hier muss man ehrlich sein wahrscheinlich wird das auf den preis des fish tokens keine große auswirkung haben aber das burning wird durchaus eine auswirkung haben da bin ich sicher und der fish wenn der fish token als reward ausgeschüttet wird erst recht und das heißt also man kann im grunde davon ausgehen dass der supply an fish tokens über die zeit eher sinkt und gleichzeitig aber dann der kurs des fish tokens eben entsprechend steigen wird diese kurven die hier dargestellt sind darf man jetzt nicht zu ernst nehmen ich glaube nicht dass der kursverlauf genauso sein wird wie es hier gezeigt ist sondern es ist einfach nur symbolisch gedacht natürlich wird der fish token auch irgendwann den wert sinken es gibt ja auch allgemeine markteinflüsse und so weiter und so weiter und natürlich kann es auch nicht so muss es nicht unbedingt so laufen wie ich hier sage es ist einfach nur eine idee von mir und das ist für mich eigentlich auch dass der fish token mit dem begrenzten supply der ist für mich eigentlich auch das entscheidende merkmal bei polycat weswegen ich die plattform wirklich auch total spannend finde und wo die sich auch abhebt von den anderen plattformen und jetzt also was machen wir daraus eine idee wäre wir haben hier unsere hypothese der kurs des port tokens wird über die zeit eher sinken der kurs des fish tokens wird über die zeit wahrscheinlich eher steigen und was machen wir damit als erstes legen wir unsere assets in die layer 2 und layer 1 farms welche farm man nimmt das hängt ein bisschen davon ab welches risiko man bereit ist einzugehen und wie hoch natürlich auch die eigenen möglichkeiten sind denn ich würde bei einer großen menge an kapital eher die layer 2 farms bevorzugen vor allem sogar die stable coins farms weil natürlich mehr assets auf dem spiel stehen dadurch eben das risiko sehr hoch ist und layer 2 farms sind quasi vor allem wenn stable coin farms sind die sichersten yield farms da würde ich also mit größeren kapitalsummen reingehen da würde ja auch entsprechend porto würden ja auch entsprechend genug port tokens bei rauskommen während wenn man mit einem kleinen betrag in diese layer 2 farms vor allem die stable coin farms reingeht dann hat man da eigentlich keine chance wirklich reward zu erwirtschaften warum ist das wichtig dass man schnell rewards bekommt weil die rewards sind der port token der port token ist ja nochmal gewestet das heißt es gibt sowieso eine zeitverzögerung von 30 tagen sodass es also wenn man sich die kurse die kurve des port tokens anschaut hier schon ein bisschen auf die zeit ankommt also je später man quasi den port token bekommt desto weniger ist er wert nach dieser theorie hier also ist es schon wichtig dass man auch relativ schnell rewards erwirtschaftet und so bieten sich dann eben bei kleineren einlagen eher die layer 1 pools an aus meiner sicht die haben zwar ein höheres risiko aber die haben auch sehr viel höhere rewards denn layer 1 pools die sind ja eine kombination aus paw oder aus fish und mit anderen tokens und dadurch ist man also einem kursschwankungsrisiko ausgesetzt so die rewards bekommt man in paw die würde ich umwandeln in fish und zwar nach und nach gemäß dem westing und hier ist es auch total wichtig dass man regelmäßig am ball bleibt dass man mindestens einmal täglich abholt ich denke einmal täglich müsste eigentlich reichen aber ich denke mal je öfter je besser denn auch hier durch das westing zeitverzögerung das heißt der kurs des port tokens sinkt die apy sinkt über die zeit und je länger man also zögert je mehr man aussetzt beim reward ernten desto wertloser werden eigentlich die rewards die fish tokens die ich also dann gekauft habe von den port tokens die würde ich ins dividend volt anlegen und dann einfach sehen zusehen wie der fish token im wert steigt meine einlage im dividend volt steigt und natürlich auch hier kriege ich gegebenenfalls port tokens die muss ich auch regelmäßig abheben entsprechend dann in fish tokens umwandeln das hier ist die idee mal schauen ob das ganze funktioniert ich werde jetzt in einem weiteren video das mache ich jetzt nicht in diesem video in dem nächsten video werde ich dann also genau zeigen wie das geht indem wir einfach unser polygon portfolio von vor ein paar wochen nehmen das besteht auch noch das ist auch noch da das haben wir eine einlage in ave gemacht und eine einlage in elbe swap glaube ich war es und das werden wir dann umstrukturieren und entsprechend hier reingehen das zeige ich dann einfach in dem video was ich wie da mache welche einzel schritte es gibt und so weiter so jetzt hoffe ich dass euch das irgendwie weitergeholfen hat ich hoffe ihr habt genauso viel spaß an polycat wie ich und würde dann einfach sagen happy yield farming und viel erfolg bis bald tschüss du bist und Bis zum nächsten Mal.